Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum Schummern, sie helfen uns viel mit. Der Kipplaster hat große Bauglötze zum Spielplatz gebracht. Die Baustellenfahrzeuge werden eine neue Rutsche bauen. Oh, einer der Blöcke ist unter das Trampolin gerutscht. Da kommt der Krallenbagger. Er wird die Blöcke an ihren Platz setzen. Kätzchen, das ist ein rot-weißes Absperrband. Du solltest nicht einfach drüber springen. Hier ist es gefährlich. Auf dem Spielplatz arbeiten viele Fahrzeuge. Willst du hier wirklich spielen, während die Fahrzeuge bei der Arbeit sind? Oh je, das Kätzchen ist vom Trampolin gefallen und hat sich an seiner Pfote verletzt. Zum Glück hat das Hündchen das Kätzchen gehört. Das Hündchen geht vorsichtig unter dem Absperrband durch. Kätzchen, zeig uns mal deine Pfote. Sie ist geschwollen. Wir müssen Eis drauflegen. Der Eiswagen hat sicher Eis. Der Eiswagen ist zum Spielplatz gefahren. Hier ist eiskleines Kätzchen. Steck deine Pfote rein. Das Hündchen ist zur Garage der Helferautos gekommen. Welches Fahrzeug kann dem Kätzchen helfen? Aus der gelben Garage fährt ein Krankenwagen raus. Krankenwagen, wir müssen das Kätzchen ins Krankenhaus bringen. Schaut mal, wie schnell der Krankenwagen fährt. Die anderen Fahrzeuge machen ihm Platz. Der Krankenwagen darf sogar bei Rot über die Ampel fahren. Hier ist der Patient. Kätzchen, spring auf die Bahre. Das geht nicht. Seine Pfote tut doch weh. Der Krallenbagger wird eine Rampe bauen. Die Bahre rollt runter. Prima, das Kätzchen wird auf der Bahre in den Krankenwagen geschoben. Und muss nicht auf seine verletzte Pfote auftreten. Und wie kommt das Hündchen ins Krankenhaus? Na, mit dem Taxi. Das rote Kreuz zeigt uns, in welche Richtung es zum Krankenhaus geht. Wir müssen nach links fahren. Dankeschön, Taxi. Oh, das Kätzchen darf schon wieder nach Hause. Es hat einen Verband bekommen. Viel verbessern, Kleines. Helferautos Po super. Musik 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 Musik